Was kann man tun, um einen Nagelpilz wieder loszuwerden? Es gibt verschiedene Therapieformen. Bisher gab es nur die Möglichkeit, Tabletten gegen den Pilz einzunehmen, Lack auf die Nägel aufzutragen oder die Nägel in irgendeiner Weise zu entfernen, zu ziehen. Alles mehr oder weniger nebenwirkungsreiche oder nicht besonders wirksame Maßnahmen. Die Laserbehandlung der Onychomykose ist eine schmerzlose, schnelle, effektive Behandlungsmethode, die nach drei bis vier Behandlungen bereits eine Heilung verspricht, die über 80 Prozent liegt. Die Lasertherapie der pilzbefallenen Nägel ist so effektiv, dass wir nur noch in seltenen Fällen eine Tablettentherapie einsetzen müssen. Es ist zu bedenken, dass die Tablettentherapie eine Leberschädigung verursachen kann.